Alle reden immer über Klima- und Energiewende. Ich wollte nicht nur darüber reden, ich möchte daran arbeiten. In meinem Job etwas bewegen, was wirklich wichtig für unsere Zukunft ist. Hi, ich bin Mehmet Jan und mache eine Ausbildung zum Mechatronik-Abertistengas. Das ist eine unserer Baustellen und die befindet sich an einer sogenannten Gashochdruckleitung. Hier werden neue Gasleitungen verlegt. Aktuell fließt hier Erdgas, in Zukunft vielleicht klimafreundlicher Wasserstoff. In meiner Ausbildung beschäftige ich mich mit Mechanik und Elektrotechnik und arbeite dabei viel handwerklich, vor allem mit Metall. Bei diesem Rohr soll zum Beispiel die Sicherheit verbessert werden. Dafür montieren wir ein spezielles Bauteil. Bei der Wartung unserer Anlagen bin ich auch dabei. Wir checken die korrekte Funktion der Armaturen, der Ventile und Sicherheitseinrichtungen. Und wir überprüfen, ob alle Verbindungen dicht sind. Meine Außeneinsätze sind wirklich abwechslungsreich. Ich finde es gut, dass ich mit meinen Tätigkeiten die Energieversorgung in NRW mitgestellte. Das hier ist unsere Werkstatt. Hier lernen wir die Funktionsweise der Gashochdruckler kennen, erstellen Flanschverbindungen und lernen den Umgang mit der Flex, wenn es zum Beispiel um die Vorbereitung von Schweißneben geht. Außerdem bereiten wir uns auf den nächsten Einsatz vor und bestücken unsere Werkstattfahrzeuge. Unsere Ausbilder hören uns zu und wenn wir Fragen haben, beantworten sie die auch gerne und nehmen sich sehr viel Zeit für uns. Wir bei Thüssengas sind echt ein super Team. Hier arbeiten alle auf Augenhöhe miteinander und wir können immer aufeinander zählen. Mein Ziel ist es, meine Ausbildung so gut es geht abzuschließen, um dann bei Thüssengas im Betrieb anzufangen. Denn genau dann kann ich die Klima- und Energiewende mitgestalten und tue etwas für unsere Zukunft. Das ist genau dein Ding. Du möchtest an der Zukunft der Energiewende mitarbeiten? Dann bewirb dich jetzt!